Nachdenkseiten Die kritische Website Antwort der Bundesregierung zum Stand der Nord Stream-Ermittlungen überführt CDU-Außenpolitiker Kiesewetter der Lüge. Von Florian Warwick Eine aktuelle Kleine Anfrage, Bundesdrucksache 206083, befasst sich in insgesamt 27 Fragen mit den Aufklärungsbemühungen zum Terroranschlag auf eines der teuersten Infrastrukturprojekte Europas. Die Antwort der Bundesregierung erfolgte am 19. April und liegt den Nachdenkseiten vor. Bei vielen Fragen weicht die Bundesregierung aus oder verweist auf Geheimhaltungsinteressen, etwa was vorliegende Radaraufzeichnungen oder die Rolle der USA und Polen angeht. Doch bei einem Punkt wird die Bundesregierung deutlich. Behauptungen des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter bei einer Bundestagsrede zur Rolle Russlands hätten keine faktische Grundlage. Anders formuliert, der führende Außenpolitik-Experte der CDU hat im Bundestag Fake News zu Nord Stream und der Rolle der Russischen Föderation verbreitet. Ich frage mich, wem nützt es denn, wenn so ein Anschlag auf kritische Infrastruktur wie Nord Stream stattfindet, eine Leitung erstaunlicherweise übrig bleibt und dann das Land, das das Gas sendet, über mehrere Tage mit Hochdruck Gas durch diese Leitungen sendet. Doch nicht um die Spuren zu konservieren, sondern um die Spuren zu verwischen. So der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vize-Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums Roderich Kiesewetter in einer verlinkten Rede vor dem Bundestag am 10. Februar 2023. Die Kleine Anfrage KA unter dem Titel Anhaltende Ungewissheit über die Aufnahme und die Frühphase der Ermittlungen der Anschläge auf die Nord Stream-Leitungen, initiiert vom Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt, AfD, nimmt die Aussage des CDU-Spitzenpolitikers zum Anlass, die Bundesregierung zu fragen, ob sie diese Behauptung so bestätigen kann. Die Antwort der Bundesregierung fällt im Gegensatz zu den meisten anderen Antworten auf die KA deutlich aus. Der Bundesregierung legen keinerlei diesbezügliche Informationen vor. Der letzte nachweisliche Entschee von sehr geringen Gasmengen sei am 31. August erfolgt, also rund einen Monat vor dem Sabotageakt. Zitat, Kleine Anfrage 15. Trifft nach Erkenntnis der Bundesregierung oder ihr nachgeordneter Behörden die Information zu, Russland habe auch nach der Sprengung der Nord Stream-Pipelines noch über mehrere Tage mit Hochdruck Gas durch diese Leitungen geschickt. Plenarprotokoll 2086 Antwort Zitat Ende Diese Antwort der Bundesregierung hat es in sich. Sie negiert umfassend die Behauptungen Kiesewetters im Rahmen einer Aktuellen Stunde im Bundestag zum Thema Anschläge auf deutsche und europäische Infrastruktur aufklären und abwehren. Das ist keine Kleinigkeit. Dank der Antwort der Bundesregierung wissen wir jetzt, dass seine Ausführungen, Russland habe nach den Anschlägen mit Hochdruck Gas durch diese Leitungen geschickt, um die Spuren zu verwischen, keinerlei reale Grundlage hat. Der führende CDU-Außenpolitiker, welcher derzeit völlig unkritisch durch die Talkshows und Politseiten der sogenannten Leitmedien gereicht wird, hat nachweislich und in hetzerischer Absicht vom Rednerpult des Bundestags aus Lügen und wilde Verschwörungstheorien zu Nord Stream und der russischen Föderation verbreitet. Und so jemand steht dann auch noch als Vize-Chef dem Parlamentarischen Kontrollgremium vor. Bundestagsabgeordnete haben schon für weit geringere Fehltritte ihr Mandat niederlegen müssen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.